Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Rossmann Haul. Ja, ich habe einen neuen Rossmann Haul für euch, der wartet hier auch schon ein bisschen länger. Da sind auch wieder Produkte dabei aus der Ideenwelt und die möchte ich euch gerne zeigen. Und ja, ich hoffe, dass ihr die noch bekommt, weil wie gesagt, ein Teil davon ist schon zwei Wochen. Der steht hier und wartet darauf, abgedreht zu werden und einige Sachen sind natürlich nie innagelneu. Und die bekommt ihr auch immer. Ja, und ich möchte einfach heute mal starten mit dem Rossmann Haul. Und zwar wieder mit den Produkten aus der Ideenwelt. Da habe ich mir, ja, ich glaube, drei Sachen gekauft in letzter Zeit. Ich habe für euch ein Video abgedreht und zwar, wie ich mich nass rasiere. Ja, ich benutze ja schon lange nicht mehr den Lillibest. Wer mir folgt auf Instagram, der weiß das. Ich benutze ja schon seit längerem von Aldi die Nassrasierer mit den sechs Klingen von Biokura Aldi Nord. Und da bin ich ja auch total begeistert. Und jetzt habe ich bei Rossmann was entdeckt und habe gedacht, okay, das probierst du mal. Weil wenn das funktioniert, dann wäre es ja noch besser. Mädels, ich habe in der Ideenwelt etwas entdeckt und zwar einen Lady Schäfer. Das ist ein elektrischer Rasierer, wie die Männer es auch so machen. Hier hinten könnt ihr ihn im Übrigen noch mal sehen. Der ist weiß und hier oben in so Rosé-Gold gehalten. Total schön. Also richtig was für uns Mädels. Und den kann man so wie nass und auch für die Trockenrasur benutzen. Und den kann man natürlich auch für die Beine benutzen. Na logisch. Aber ich habe mir gedacht, ja, wir werden das einfach mal benutzen fürs Gesicht. Denn das Ding sieht genauso aus wie der von meinem Mann. Und warum soll das bei uns nicht auch funktionieren? Na klar, wenn ich mich nass rasiere, mache ich es einmal die Woche, zweimal die Woche. Viele haben mir schon geschrieben auf Instagram, sie machen es täglich. Und wer es täglich macht, der kann noch zu einem elektrischen Rasierer greifen. Und das ist vielleicht für die Haut noch ein bisschen sanfter. Das werden wir aber zusammen ausprobieren. Ich werde euch erstmal das Video reinstellen, wie ich mich nass rasiere. Weil Rasieren ist wichtig, damit das Make-up schön aussieht und gleichmäßig, nicht fleckig wird. Und außerdem auch Menschen, die neben euch stehen, die sehen das. Und in den Haaren, da bleibt die Foundation gerne kleben. Und dann sieht man das noch viel, viel mehr, dass man so Haarbuchs, so Pflaumen hat. Den haben schon junge Mädchen. Also ich hatte den auch schon mit 18 oder 20. Aber da habe ich mich noch nicht rasiert. Da habe ich es noch nicht weggemacht. Warum, weiß ich nicht. Aber schon seit mindestens 10 Jahren mache ich ihn jetzt weg. Meinen Damenbart, meinen sogenannten. Und wir werden ausprobieren für 9,95 Euro aus der Ideenwelt, wie der Rasierer von Rossmann ist. Das war das erste Produkt. Dann habe ich mir einen Lockenstab gekauft. Den gab es einmal als Rundbürste. Und einmal mit diesem Klickstab, wie so ein Glätteisen, so ähnlich. Nur ein Glätteisen sieht ja noch ein bisschen anders aus. Und hier ist es einfacher für mich, glaube ich. Ich möchte mal, wenn meine Haare jetzt länger sind und ich die nicht immer gleich wieder abschneiden möchte, möchte ich die mal so versuchen einzudrehen. Und ob die dann einfach ein bisschen besser liegen, ohne dass ich immer gleich zum Friseur rennen muss und wieder ganz kurze Haare habe. Denn ich mag das ja auch, wenn die ein bisschen länger werden. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mal ein Video mit euch. Und dann gehen wir das mal hier durch mit so einem Lockenstab, mit so einer Heizplatte praktisch. Also für kleine Locken und mehr Struktur. Und das wollte ich. Ich wollte einfach mal, nicht unbedingt locken, aber ich will mir das so ein bisschen nach innen ziehen. Und das dann mit Trockenshampoo oder mit einem Haargel oder mit dem Haarwachs. Ich habe ja ein IGTV-Video abgedreht. Wer noch nicht auf Instagram ist, kann da gerne mal reinschauen. Da habe ich das mit dem Haarwachs den Morgen gezeigt, wie ich das mache. Und ich habe ja jetzt noch das Trockenshampoo. Das habe ich heute das erste Mal ausprobiert. Das ganz neue von L'Oreal. Und das werde ich euch auf IGTV auch noch zeigen. Dann könnt ihr da reinschauen. Und das werde ich auch da noch zeigen. Und natürlich aber auch hier auf YouTube. Wir drehen ein Video ab. Und ich mache meine Haare damit. Und wir schauen mal, wie das Ganze so funktioniert. Ja, ich finde die Ideenwelten von Rossmann immer toll. Die haben immer so schöne Produkte. Ich habe da letztens auch meinen Männern einen Rasierer gekauft. Einen elektrischen. Dafür hat mein Mann seinen 298 Euro Teil wirklich weggeschmissen. Weil der war schon so lange am Schimpfen. Ich habe es dann dort auch empfohlen. Der kostet 20 Euro. Ein Männerrasierer, elektrisch. Und der rasiert wie Irre. Die beiden, also ich habe oben nur gehört, immer Rrrr, Ritz. Und alles war unten. Und mein Mann und mein Sohn, der ist ja 17, sind total begeistert. und ich habe dann auch gleich noch zwei Stück nachgekauft, falls die mal nicht mehr in Ordnung sind und Rossmann hat die nicht mehr oder nicht gleich, ne, wenn ich dann einfach, ja, noch ein Backup habe, ne. So, dann hatten sie hier diese tolle Platte, die habe ich mir gekauft, Punkt 1 natürlich für mein Wohnzimmer oder auch mal für meine Fotos auf Instagram, ne, man braucht immer ein bisschen Deko, wo man das alles so abfotografieren kann und ich weiß gar nicht, irgendwie hat das Ding hier 2,99 gekostet, die gab es auch noch in anderen Mustern und die müssten sie, wenn ihr das Video heute seht, vielleicht noch haben. Also ich gehe mal davon aus, dass sie die noch haben, weil die habe ich erst letzte Woche geholt, ich glaube Samstag, ne. Also so lange ist das noch nicht mehr. So, das war Rossmann Ideenwelten. Damit es gleich weiter geht, ich kaufe ja immer Feuchttücher und da habe ich ja früher immer diese teuren Tempo-Feuchttücher gekauft, also feuchtes Toilettenpapier und dann haben viele gesagt, Mensch Astrid, warum nimmst du denn nicht einfach die Feuchttücher aus dieser Babyabteilung? Stimmt, habe ich mir gedacht, habe ich doch früher für meine Kinder auch genommen und seitdem, bestimmt schon ein Jahr, kaufe ich immer gerade was im Angebot ist. Diesmal war es Penaten, ich habe auch schon Hip gehabt, es sind immer 4 oder 5 Stück, je nachdem drin. Hier sind es 4 plus 1, also 5 Pakete im Angebot und das liegt bei uns immer in der Gästetoilette und auch oben in der Toilette. Das heißt, es sind immer feuchtes Toilettenpapier Ersatz, das kommt natürlich nicht in die Toilette. Bitte nicht in die Toilette werfen, ich weiß, dass man das mit den zum Beispiel Tempo-Feuchtes Toilettenpapier machen darf. Machen wir aber auch nicht, weil wir immer sehr vorsichtig sind, dass die Rohre natürlich nicht verstopfen, weil sich das irgendwo anhaftet, wenn die Rohre schon älter sind. Ihr kennt das von zu Hause, man macht es nicht. Und wir haben immer einen Kosmetik-Eimer an der Toilette stehen und dann kommt das rein. Also, die habe ich nachgekauft, die waren gerade im Angebot und dann nehme ich das immer mit, was gerade im Angebot ist. Wo ich mich auch mal wieder zu durchgehoben habe, weil es sind ja eigentlich meine Lieblingsabschwingtücher, sind die von Neutrogena. Das sind diese hier und die habe ich ja schon in meinen früheren Videos gezeigt und die kaufe ich immer wieder gerne, weil sie absolut schön feucht sind. Ich habe es jetzt schon gemacht, dass ich die günstigen gekauft hatte in der Vergangenheit und habe dann immer mein Gesichtswasser, Myzellenwasser, ich habe auch teilweise das von Aldi genommen und habe dann einfach auf das Tuch nochmal Feuchtigkeit drauf gemacht. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, ne? Habe ich mir gedacht, irgendwie wird es dann ja auch teuer. Und dann kann ich mir auch gleich meine teuren Neutrogena wieder kaufen. Die sind ein bisschen teurer, ja, ich weiß. Aber die kommen jetzt erstmal wieder in Einsatz nach der langen Zeit und ich teste jetzt erstmal wieder, ob sie auch noch wirklich so gut sind oder ob sie so gut sind wie in meiner Erinnerung. Manchmal trügt ein ja auch die Erinnerung, ne? Ich weiß auch nicht. Aber ich habe sie mir wieder gekauft. Neutrogena, feuchte Abschwingtücher. Dann kaufe ich mir in letzter Zeit wirklich sehr gerne, die wird es auch bei DM geben, von Isana 40 Wattepads. Das sind diese hier. Und zwar haben die einen gekettelten Rand. Also die sind nicht offen am Ende, sondern die sind so umnäht. Und ich finde die einfach schön an. Die sind ein bisschen dünner, aber ich finde, sie sind genauso gut wie die dicken, günstigen zum Beispiel von Ebelin. Nur sie gehen nicht auf, sie gehen nicht auseinander, sie flattern mir nicht im Bad rum. Das habe ich nämlich schon mal mit den anderen gehabt. und irgendwann habe ich diese umrandeten entdeckt, die so genäht sind und die finde ich einfach besser. Ja, die sind ein bisschen teurer, ich weiß. Aber ich mag sie einfach lieber. Aus 100% Baumwolle, weich und fusselfrei kann ich nur bestätigen, die fusseln wirklich nicht. So, dann gab es was im Angebot. Die waren reduziert. Schaut mal auf eure Rossmann App, da müsstet ihr das noch finden. Habe ich nachgekauft. Ich habe es schon einmal, es steht in meinem Bad, und zwar von Isana, eine pflegende Cremeseife mit Mandelöl in einer Limited Edition. So sieht sie aus. Das ist diese Flasche. Und ja, die ist so ein bisschen mit Goldumrandung. Die hat hier eine Goldschrift, Cremeseife mit Mandelöl. Und die habe ich einmal gekauft. Und die fand ich so gut mit dem Mandelöl. Also das trocknet meine Hände nicht aus. Bei den günstigen Produkten, dass dann oft die Hände austrocknen. Habe ich auch bei dm, bei den günstigen Handwaschleifen um die 50, 70 Cent oft gehabt. Gut, hier habe ich jetzt, ich glaube im Angebot kostet sie noch 1,29. Bin ich da mal dran. Aber ich will mich jetzt nicht festlegen. Schaut nochmal nach auf eurer Rossmann App. Da gab es ja auch noch andere Sachen von Handcreme und alles mögliche. Aber die kaufe ich im Moment nicht mehr. Weil da habe ich ein Produkt, was ich jetzt wirklich für mich gefunden habe als Handcreme. Und die liebe ich jetzt. Und ich hätte sie eigentlich schon eher testen können. Denn in der Werbung im Fernsehen läuft es rauf und runter. Danke Lino. Ja und das ist die Linola Handcreme. Und zwar ja wirklich mit wertvoller Linolsäure. Und die habe ich jetzt schon das dritte Mal nachgekauft. Ich habe sie euch auf Instagram schon rauf und runter gezeigt. Ich habe sie dort gepostet. Ich habe sie euch noch vorgelesen, was da alles drin ist. Und hier geht es ja darum, dass hier die Linolsäure drin ist. Und die pflegt natürlich die Haut besonders gut. Und zieht schnell ein. Erhöht die Feuchtigkeit in der Haut. Bildet einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm. Das stimmt wirklich. Sie zieht ein. Sie ist weg. Und man merkt diesen Schutzfilm der Linolsäure überhaupt nicht. Ohne Konservierungsstoffe, Silikone, Mineralöle und Harnstoff. Und auch bei Neigung zur Neurodermitis geeignet. Mit wertvollen Linolsäuren für sehr trockene, rauhe oder rissige Hände. Das steht hier auf der Verpackung. Großartiges Produkt finde ich. Also wie gesagt, Made in Germany. Von Dr. Wolf. 75 Milliliter. Kostet aber auch bei Rossmann. Ist es günstiger wie in der Apotheke. Ich komme gleich noch mit zwei Produkten, die es auch in der Apotheke gibt. Aber in der Apotheke wollen die, glaube ich, 7,90 Euro bei uns haben. Und in Rossmann 5 Euro. Und bin ich der Mann. Oder 6 Euro. Und ich werde auch noch mal online gucken, ob es die online noch günstiger gibt. Und wenn nicht, werde ich mir in Zukunft immer mal eine Riesenbestellung machen. Überall, wo es meine Handcremes gibt. Meine Hyaluronsäure und alles, was dazu gehört. So, noch schnell zwischendurch. Bevor ich nämlich zu Eucerin komme. Ich habe mir L'Oreal jetzt schon das dritte Mal nachgekauft. Und zwar die Ampullen. Die Revitalift Filler. Hyaluronsäure 7 Tage Ampullen. Ihr wisst, ich habe sie euch vorgestellt in einem Video. Ich habe noch eine volle Packung bei uns im Ferienhaus liegen. Da komme ich jetzt nicht ran. Also musste ich sie mir auch noch mal nachkaufen, weil die nehme ich gerne morgens. Morgens kommt das immer auf meine Haut. Egal, welche Pflegelinie ich benutze. Und wenn sie noch so gut ist, egal was sie macht, morgens kommt immer eine Hyaluronsäure Ampulle auf meine Haut. Und auch vorher mein Mineral 89 von Vichy. Also Hyaluronsäure kann ich nicht genug drauf haben. Das könnt ihr stapeln. Das zieht ein. Das ist ein hauteigener Wirkstoff eigentlich auch. Und der macht auch nichts. Und das ist auch nicht schlimm, wenn ihr da ein bisschen mehr von nehmt. Ja, mit Vitamin B5. Die habe ich nachgekauft. Die liegen so circa bei 15 Euro. Ist nicht gerade das günstigste Produkt. Aber ich habe jetzt noch eine andere Alternative. Die kann man natürlich auch morgens anwenden. Aber die nehme ich gerne abends. Ist aber eigentlich genauso teuer oder teurer. Und zwar die Marke Eucerin. Ich weiß nicht, wer sie kennt aus der Apotheke. Ich habe mir in der Apotheke vor längerer Zeit schon mal den Eucerin Hyaluronfiller Augenpflege Lichtschutzfaktor 15 mit Auffülleffekt zur sichtbaren Milderung selbst ausgeprägter Und zwar habe ich die erst immer unten in meinem Bad gehabt. Weil ich habe da auch Tage, an denen ich mich gar nicht schminke. Und dann laufe ich immer rum und creme tagsüber nochmal meine Augenpartie nach. Weil ich immer das Gefühl habe, ich muss sie nochmal nachcremen irgendwie. Also was heißt das Gefühl? Ich möchte es einfach. Ich möchte es einfach, weil ich immer denke, wenn ich nochmal nachcreme, dann ist meine Augenpartie hier wirklich unterm Auge den ganzen Tag versorgt. kann ich austrocknen und ich habe immer das Gefühl, das bringt noch mehr. Im Alter, ich sage es euch Mädels, ich bin 53 im Januar geworden und ich bin der Meinung, ich, man kann im Alter nicht genug tun. Da gibt es nichts von wegen, das ist zu viel. Solange alles so ein bisschen auf Hyaluron und das zieht schnell ein. Diese hier hat so ein bisschen eine Hyaluron-Creme-Konsistenz. Die ist nicht ganz durchsichtig, die ist nicht ganz klar. Die hat so eine Creme-Art, aber trotzdem ist sie dabei wie ein Creme-Gel, aber nicht durchsichtig. Ein super Produkt, habe ich euch auf Instagram schon empfohlen. Wobei, ich teste gerade etwas Neues, was ich mir selber gekauft habe. Ich habe Dalton-Kosmetik leider ablehnen müssen, aufgrund dessen, dass ich allergisch darauf reagiert habe. Und jetzt habe ich mir gesagt, ich nehme mal das, was ich schon lange im Auge habe und gerne testen wollte für euch. Ich habe mir die komplette Linie selbst bestellt. Es kommt noch. Ich teste gerade, auch auf Instagram halte ich es noch geheim. Da habe ich zwar die letzten zwei Tage mich mit der Maske vor die Kamera gesetzt und habe mich gezeigt und habe gesagt, wow, wunder, wunderbar, finde ich richtig gut. Und ja, und trotzdem würde ich tagsüber, wenn ich nicht geschminkt bin, die hier dann immer noch mal wieder oben drauf geben. Ja, oben drauf, oben drauf, fertig. Mache ich auch mit AVEN, solange ich die noch bekomme von AVEN, bestelle ich die immer noch online. In der Apotheke gibt es die ja nicht mehr. Aber das mache ich. Und dann habe ich entdeckt ein Hyaluron-Filler Serum-Konzentrat. Es sind sechs Ampullen in dieser Verpackung. Ich zeige es euch gleich mal. Die hat so eine seltsame Form, wie so eine Bienenbarbe. Und ich mache die jetzt einfach mal auf. Da habe ich schon eine Ampulle rausgenommen, weil ich oben keine habe. Und ich brauchte dringend eine für abends. Das ist dieses gute Stück. Und ich nehme jetzt mal den Deckel ab, in der Hoffnung, dass es nicht zu spiegelt. Genau. Das sind sie, Mädels. Das sind die Eucerin Hyaluron-Filler Serum-Ampullen. Und die sind der Hammer. Die sind der Hammer. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe mal eine Probe bekommen in der Apotheke. Und dann habe ich mir hier mein Dekolleté. Mein Knitter-Dekolleté. Ich weiß ja mal nicht, was ich machen soll. Ach, im Übrigen hängt hier gerade meine neue Kette. Von meinem Punkt, ich möchte euch noch mal ganz kurz in dem Video auch daran erinnern, es ist Muttertag. Es gibt bei meinem Punkt natürlich wieder einen Rabattcode. Mein Punkt selber 15% hat den Rabattcode Mama15. Ich blende ihn hier euch aber noch ein. Es gibt wieder 15%. Und mit meinem Rabattcode, dem blende ich hier auch noch eins, spart ihr immer die Versandkosten das ganze Jahr über. Auch wenn gerade keine Aktionen laufen und ihr möchtet euch mal was außer der Reihe bestellen, Geburtstagsgeld bekommen oder so, dann könnt ihr zumindest immer die Versandkosten immer sparen. Und das ist der Rabattcode Astrid2019. Kleingeschrieben und den könnt ihr hiermit aber kombinieren. Das heißt, ihr könnt euch Schmuck bestellen und nochmal mit meinem Rabattcode Astrid2019 bekommt ihr trotzdem nochmal die Versandkosten erstattet. Also die braucht ihr nicht bezahlen. Und natürlich die 15%. Also kombinierbar. Und die O-Ringe im Übrigen auch. Das sind die O-Ringe Coco. Und die finde ich richtig süß. Ich hatte letztens bei Instagram, glaube ich, kurz gezeigt, am Wochenende, als wir nach Hildesheim gefahren sind, in die Annikengalerie. Da hatte ich eine Bluse an mit dem selben Knopf. Das war natürlich der Hammer. Der Knopf, die O-Ringe. Und da hatte ich die Kette auch schon um. Im Übrigen, ich weiß nicht, wie findet ihr das? Das ist so, ich finde es fast untypisch für meinen Punkt. Ich habe die Kette mir ausgewählt, weil ich mir gesagt habe, Donnerwetter. Es gibt ja immer so dieses typische Kleeblattmuster. Und ich wollte mal was ganz anderes zeigen. Ja, und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal diese hier. Und die finde ich echt schön. Tolles Muster. Gibt im Übrigen dazu auch passende O-Ringe. Und ja, das wollte ich euch noch zeigen. Denkt an Muttertag. Muttertag steht vor der Tür. Wenn ihr bestellen möchtet, könnt ihr das gerne machen. So, und dann habe ich also mein Dekolleté. Da war ich stehen geblieben. Mein Dekolleté. Und da muss ich wirklich sagen, ich gebe das auf und schon nach einer halben Stunde war das so ziemlich knitterfrei. Und da habe ich gedacht, was denn? Knitterfrei? Was ist denn das? Und dann habe ich mir das in mein Gesicht gegeben, abends immer. Und auch morgens, da war ich noch sehr verschwenderisch und habe mir hinterher überlegt, nee, das reicht, wenn ich es abends auftrage. Im Übrigen reicht ein, es sind sechs Ampullen. Die kostet irgendwie hier die Verpackung um die 30 Euro. Aber eine Ampulle, da sind drin, Moment, ich bin der Meinung, was steht denn auf der Verpackung drauf? Sechs Mal. Ah ja, fünf Milliliter, genau deswegen. Zwei Milliliter sind doch vielen zu viel, das wisst ihr doch. Dann hat man immer zu viel drin und hier sind es fünf Milliliter und wenn ihr sagt, ihr habt sonst zwei Milliliter gehabt pro Tag, dann sind das zwei, vier, sechs, aber hier sind es fünf und dann könnt ihr besser aufteilen. Dann kommt das nämlich auch hin, dass ich gesagt habe, ich komme da drei Tage mit hin. Ladies, drei Tage mit dieser Hyaluronsäure Ampulle. Das ist wirklich der Hammer. Achso, und im Übrigen gab es letztens bei mir in meiner Apotheke eine Probe. Und zwar eine gesamte Ampulle, so eine fünf Milliliter Ampulle in so einem Kärtchen drin. Ich habe gefragt und da hatte sie mir die gegeben und da habe ich gedacht, okay, es gibt also sogar von Eucerin so eine Testampulle in der Apotheke. Fragt einfach mal. Dann könnt ihr sie ausprobieren und ihr werdet mit der ersten Ampulle begeistert sein und wenn ihr drei Tage damit hinkommt, dann werdet ihr den Sofort-Effekt auch erkennen. Also, ich finde sie ganz, ganz toll. Echt eine Empfehlung von mir. Hammer, Hammer, Hammer Produkt. Warum geht es nicht rein? Och, das ist immer ein Drama, die Verpackung. Liegt auch noch eine Beschreibung dabei und ihr könnt gerne mal schauen. Ich habe es, wie gesagt, auf Instagram schon gezeigt und ich finde das echt toll. Super. So, dann habe ich mir zum Testen erstmal von Garnier Mineral eine pure, frische, langanhaltenes Deo. Das möchte ich gerne ausprobieren. Ich habe im Moment immer noch ganz alte Deos gehabt, da war teilweise noch Balea dabei. 48 Stunden soll es vor Achselschweiß, aber für mich ist wichtig, ich habe keinen Achselschweiß, ich brauche das für den Achselgeruch. Habe ich euch ja schon mal erzählt und ich bin mal gespannt auf pure Frische, wie das duftet und ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle habe ich mal ein neues Produkt, was ich austesten möchte. Für meine Männer wieder Hydrofugal Classic und das hätte gern mein Mann wieder gern gehabt und das hat er bekommen. So, mein All-Time-Favorite, Leute, ich sage es euch, ich kaufe es schon seit zwei Jahren nach, ist von Sally Hun, wo ich die Nagellacke überhaupt nicht mag, aber das Vitamin E Öl für meine Nagelhaut kaufe ich schon, ich weiß nicht, alle zwei Monate ein neues Fläschchen und ich liebe das. Ich lieb das, Leute, das ist das beste Nagelöl für mich, was es gibt. Das habe ich euch schon auf Instagram fotografiert. Ich habe es euch gezeigt, ich weiß gar nicht, wie lange, aber ich nehme das schon so, so lange. Ich mache da mindestens einmal am Tag, abends meistens, wenn ich weiß, ich wasche nicht mehr ab, weil ich bin ja so einer, der wäscht so viel ab. Und dann ist meine Nagelhaut immer, immer, immer trocken und seitdem ich das nehme, ist das immer gut. Aber meistens nehme ich zwei, dreimal am Tag und finde ich toll. Es ist meine Empfehlung, eine echte, echte Empfehlung an euch. Probiert es aus und guckt mal. Dann habe ich einen schönen neuen Nagelklipser entdeckt, weil ich mag die von meinen Männern nicht. die haben so ein aus silbernem Metall, wo man so dieses Ding drehen kann. Kennt ihr das, dieser Knipser? Dann dreht ihr ja diesen Bügel um, klappt den so und dann, ja, das ist das hier jetzt auch von Scholl. Aber der ist ein bisschen länger im Griff, der ist schräg geformt und der lässt sich super anwenden. Leute, wenn ihr einen Nagelknipser verwendet, na, einen Nagelknipser verwendet, schaut ihn euch mal an, von Scholl. Der ist wirklich größer vom Griff her, der lässt sich besser anfassen. Der hat eine Gummierung drauf, man kann nicht abrutschen. Ich habe nämlich bei meinem Mann immer das Problem, dann flutscht mir dieses Ding aus der Hand. Das ist schon mal durchs ganze Badezimmer geflogen. Ich sage es euch und, oh, ich habe gedacht, nee. Und hier, wie gesagt, so gummiert in blau, abgeschrägt vorne. Ich gucke mal, ob ihr das noch mal in die Kamera reinkriegt. So, könnt ihr das sehen? und das ist super, die Erfindung, das schräg zu machen. Wie bei einer Fußpflege, die einen Kopfschneider hat, so ähnlich. Und jedenfalls, ja, den habe ich für mich gekauft. Mein Mann hat schon einen, meinem Sohn musste ich ihn auch kaufen, meinem Ältesten. Den habe ich, ich habe jetzt also, aber war es mal schon drei Stück gekauft. Jo, jetzt habe ich genug, weil die sind auch nicht ganz so günstig. Also ich glaube, der liegt bei 15 Euro oder so. Schaut da einfach mal, aber der ist echt Bombe. Bombe, Bombe, Bombe. So, dann habe ich mir gekauft, wieder, früher gab es die bei Aldi und Aldi hat sie aus dem Sortiment genommen. Vor zwei Jahren aber schon. Und dann kam der Bekannte und sagt, du, das gibt es aber bei Rossmann, ne? Ich kaufe mir unheimlich gerne L-Carnitin Liquid. Kennt das noch jemand, dass Aldi Nord diese Packungen hatte mit sechs oder acht Fläschchen? Hier mit Orangengeschmack. L-Carnitin Liquid mit Vitaminen für den Stoffwechsel und Gegenmüdigkeit hochkonzentriert mit Vitamin B6 und B12. Auch optimal für unterwegs, aber es ist L-Carnitin. Lest mal einfach ein bisschen, was macht L-Carnitin. Sucht es euch wirklich mal raus im Internet. Geht mal auf die Suche. Ich habe hier davon mir genug gekauft. Die reichen erstmal wieder ein bisschen. Ich mache es immer so. Das heißt, so eine Packung ist immer so eine Wochenration. Ihr trinkt davon nur einen am Tag. Meine Brille zieht immer meine Haare mit. Und wie gesagt, dann habe ich hier jetzt genug für fünf, sechs Wochen. Und ich trinke das jeden Tag. Sehr wichtig. So, dann habe ich noch eine Sache auf einer LE von Catrice. Und zwar das Flexi-Spray. Dieses hier ist eine LE. Super schöner Glasflackung. Ich habe gleich zwei davon. Es gab auch noch andere Düfte, die mir gefehlen. Und vielleicht werde ich mir davon auch noch den anderen Duft holen. Cotton. Cotton gefiel mir nämlich auch sehr gut. Dieser ist hier Air. Und das ist ein Fixing Spray. Ich lese euch mal drauf, was hinten drauf steht. Limited Edition C01 ist übrigens die Duft-Variante. Air Spray. Es ist ein Setting- und Refreshing Spray. Zur Fixierung des Make-Ups. Zur Erfrischung der Haut. Es verbessert die Haltbarkeit des Make-Ups. Spendet Feuchtigkeit. Revitalisiert. Und es sind 30, ähm, Quatsch-Umbandol, mit 30 Zentimeter Abstand Sprühen. Mädels. Eins muss ich euch sagen, bei diesem Sprühen. Catrice. Was habt ihr eigentlich euch dabei gedacht, so einen Pumpspender da drauf zu machen? Also wenn ihr euch damit, wenn ihr sprüht, ich zeige euch das gleich mal, es fegt euch vom Hocker. Also ich finde es ein bisschen grob, ja. Also ich hätte mir jetzt wirklich einen feinen Sprühnebel gewünscht, denn ich war so begeistert von dem Glasflakon. Endlich weg von Plastik, ja. Der Duft, der ist sowas von Sommer, Sonne, Strand und Meer. Wirklich Hammer, Hammer Duft, sage ich euch. Auch der Cotton ist ein Duft von frischer Luft, sage ich immer. Dieser hier ist so ein bisschen wie nach Sonnenmilch, Strand, Meer und Wasser und Malle Urlaub. Ernsthaft? Ich habe dran gerochen und habe gedacht, okay. Wenn das auf die Haut kann, dann kann ich es mir auch im Nacken sprühen. Ich kann es mir in die Haare sprühen. Da sind die Haare schon fast nass, ne. Mädels, da ist ein Sprühkopf. Der hätte ich von, wirklich von Catrice erwartet. Da ist so ein feines Schläuchchen drin. Also so ein Stift, der das hochtransportiert. Aber ein Sprühkopf, ihr seid nass, ihr seid gebadet. Aber trotzdem ist es schön. Passt mal auf. Bleibt bloß genug weit weg. Man ist hier wirklich gleich gebadet. Aber der Duft, ich sage es euch auch, Mädels, der Duft, der Duft ist der Hammer. Und wie gesagt, ich sprühe das auch in meine Haare und hier so rum. Oh, ich liebe den. Ich sage mir, wenn man das im Gesicht anwenden kann, könnt ihr das auch als Bodysplash oder so ein Bodyspray halt, ne. Es riecht frisch. Man kann es sich auf alle Fälle auch in der Handtasche packen. Und hier so, ne, wie früher meine Oma mit 47,11, kann man das hier auch in die Tasche geben und sagen, ich sprühe mich mal eben so ein bisschen frisch, ne. Ist ja oft die Haut. Die Haut. Die Haut ist ja nicht nur im Gesicht. Man hat überall Haut. Man könnte sie jetzt auch auf die Arme sprühen und so. Dafür ist es natürlich dann schon wieder teuer, weil es auch eine kleine Flasche ist. Aber dafür nehme ich es mit in meine Handtasche und es duftet wunderbar. Und die Leute neben euch werden sagen, boah, was riecht doch so gut. Ja, Ladies, das ist so. So, das war mein Rossmann Haul. Ich habe mir hier Zeit gelassen heute, aber ich musste ein paar Dinge auch erklären, wie mit dem Eucerin, mit dem Hyaluronfiller und so. Ja, und dann, wie gesagt, nochmal mein Punkt. Im Übrigen habe ich hier ein Kärtchen beigehabt. Da steht noch was drauf. Ich lese euch das nochmal vor. Ich finde die Verpackung im Übrigen sehr, sehr schön. Hier steht nochmal drauf, also vielen Dank für Ihren Einkommen. Einkauf und so weiter und so fort. Mein Punkt stellt ja wirklich reinen Silberschmuck her, ne? Und von Hand gemacht. Und es ist auch so, hier steht, falls Sie Ihr Produkt zurückschicken oder umtauschen möchten, einfach innerhalb von 14 Tagen ungetragen an uns zurück und dann bekommt man halt sein Geld wieder. Es sei denn, man hat noch nicht bezahlt und der kommt an und gefällt einem nicht. Aber das habe ich nicht gewusst, dass man das auch zurückschicken kann. Ja, hier steht es nochmal drauf. 925er Sterling Silber. Schöne Verpackung, auch die Ohrringe. Also denkt an Muttertag. Den Code habe ich eingeblendet und ich wünsche euch viel Freude damit. Ich bin jedenfalls begeistert. Ernsthaft nochmal, das ist untypisch. Ich finde das untypisch für meinen Punkt. Ich habe bisher immer nur die die Kleeblattformen gesehen oder Konfetti. Im Übrigen gibt es da auch die passenden Ohrringe zu. Die habe ich nicht genommen, wobei ich mich jetzt im Nachhinein ärgere. Ich hätte sie vielleicht doch nehmen sollen. Ich finde sie gar nicht so groß. Die würden jetzt ungefähr so an meinem Ohr hängen und gerade zu so einer schönen Tunika, wie ich sie hier anhabe, die zeige ich euch ja noch im Fashion Video von Ola Popkin, hätte es auch super gepasst. Aber vielleicht, mal gucken, vielleicht kaufe ich mir die einfach nochmal nach. Ja, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Ich mache jetzt das Video fertig, damit ihr das heute noch reinbekommt und dann sehen wir uns zum DM-Hall. Den habe ich nämlich auch noch. Also, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.